... Weiter kann es gehen in meinem Let's Play Final Fantasy XIII. Ich weiß, dass man es nicht Final ausspricht, sondern Final Fantasy, aber ich spreche das schon seit Jahren so aus. Und ich finde es einfach viel toller und ich werde es auch weiter hinter aussprechen. Auch wenn es euch nicht passt, dann braucht ihr meine Videos ja nicht anzuschauen, oder? Immerhin geht es ja um das Spiel und nicht darum, wie es sich ausbrechen, oder? Also bitte, übertreiben kann man auch alles. Ja, ja. Ihr verwendet Feuer, weil ich auch Feuer verwenden tue. Genau. Seid ihr lieb. Echt. Au. Ich verstehe dich nie, was du sagst. Naja. Egal. Fünf Sterne und bin zufrieden. Ganz ehrlich, mir macht es auch nichts aus, wenn ich mal weniger Sterne habe. Ah! Kämpf mir einfach gegen diesen Idioten. Hä? Wie geht denn das? Ich hoffe, auch dieses Gegner habe ich schnell hinter mir. Mal lange die Gegner in den letzten Daten. Besonders diese Gegner. Na, die dauern nicht lange. Ey! Hast du meinen Freunden in Ruhe? Ey! Okay, ich wollte gerade sagen, wenn der Schleim jetzt nicht stirbt, dann heile ich meinen Kumpel. Das muss ich meinen Begleiter. Wie auch immer. Ja, das war klar. Das war logisch. Ey! Genau. Feuer und Feuer. Mach. Ich weiß nie, was die sagen, weil steht ja nicht dran auf Deutsch. Egal. Oh nein, drei von solchen Viechern. Drei von solchen Viechern. Zoopie. 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 Ei, 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 ei. Ey, ey, ey. Ahem. Jetzt komm. Du scheiß Knüberschleim. Stirb endlich. Stirb endlich. Langsam nervt's. Stirb. Stirb. Stirb endlich. Jetzt. Hallo? Wird auch Zeit. Echt. Was ist auch wieder? Hier. War schon wieder. Da ist noch nichts. Ähm, wo kommt der her? Der hat sich da einfach hingebietet. Also wirklich, Serge. Ey. Stirb. 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 Gut. Gut, gut, gut. Gut, gut. Was ist das? Was sind da für Gegner? Ah, ja. Ah, ja. Genau. Ich weiß noch nicht, was du gesagt hast, aber... Ey. Die ziehen mir zu viel ab. Ey, nicht immer nur auf mich. Ich weiß noch nicht. Ja, warte. Heil dich, Wandel. Ey. Halt auf mit Feuer rumzuspucken, hier. Ja, Mist, wie ich ja. So. Hau mir jetzt das, was in dem Auge da drin ist. Öffnen. Ärzte wissen. Okay, von mir aus. Ähm, ja. Na, super. Das heißt, bald kommt Filmsequenz. Genau jetzt. Das heißt, ich mache jetzt einen Schnitt, weil ich glaube, das passt nicht mehr drauf. Okay. Dann sehen wir uns im nächsten Teil. Bis dahin. Ciao.